Der mutmaßliche Selbstmordattentäter aus Österreich, wenn wir der Tagesschau glauben, ist es einfach nur ein Österreicher, ein unauffälliger Bub aus der Nachbarschaft und so weiter und so fort. Sie sind hier wieder völlig fernab der Realität. Es wird wieder behauptet, die Rechten würden das nur als Stimmungsmache bezeichnen. Dabei sind es die Rechten, die seit Jahren vor der Gefahr vor diesem Islamismus gewarnt haben. Und jetzt sind die Rechten die, die dafür verantwortlich sind, dass damit Stimmung gemacht wird. Ich würde sagen, liebe Tagesschau, wenn ihr weiter versucht, eure Zuschauer einfach nur anzulügen, dann wird das Karma irgendwann zuschlagen und dann wird die Gewalt auch bei euch angekommen sein, bei euch zu Hause, bei euch auf der Arbeit, bei euch auf dem Weg zur Arbeit, bei euren Kindern. Und dann will ich euch mal sehen, wie ihr dann wieder schreit, oh, jetzt dürfen wir aber keine Stimmungsmacher machen. Das ist ideologische Verblendung, die am Ende die innere Sicherheit gefährdet und zwar nicht nur die innere Sicherheit von euch, sondern die innere Sicherheit von uns allen. Und deswegen wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk langsam zur Gefahr für die innere Sicherheit, für die Allgemeinheit und für den sozialen Frieden in Deutschland. Denn die ARD ist es und die anderen öffentlich-rechtlichen, die die Fakten so lange biegen und Dinge weglassen, bis die politisch gewollte Meinung transportiert werden kann. Und dass sich hier die ganzen Leute von der ARD abwenden, weil sie sagen, das sind Mainstream-Medien, das ist noch der weniger schlimme Begriff, Lügenpresse ist der wirklich schlimme Begriff, eigentlich ist es eine Lückenpresse. Sie leben nämlich davon, nur Dinge wegzulassen, uns Dinge vorzuenthalten, genauso wie in Köln, das mit dem Auto, mit dem Taxifahrer. Sie wollen es einfach jedes Mal unter den Teppich kehren. Dabei sind wir nicht blind. Wir sehen jeden Tag, was da draußen passiert, welche Leute da draußen rumlaufen, wer wann auf welche Möglichkeiten zurückgreifen kann. Also bestes Beispiel. Wir wissen, wer alle nicht arbeitet Montag bis Freitag zu den normalen Geschäftszeiten. Ihr könnt euch ja mal in die Fußgängerzonen begeben, wen man da so antrifft und wen man da so nicht antrifft. Aber die Tagesschau, sie sagt jetzt hier, der Selbstmordattentäter aus Österreich, es geht um das Taylor Swift Konzert. Ein Österreicher, ich zeige euch das Bild nebendran, ein Österreicher, in Österreich geboren, in Österreich Schule gegangen. Sie wollen uns verkaufen. Es ist einer wie du und ich. Und dann aber mit mazedonisch-albanischem Hintergrund. Ja, nur mit Hintergründen. Leute, ihr versucht das hier zu framen. Ihr wollt uns erzählen, das ist ein österreichischer Junge, so wie wir das kennen aus der letzten, also aus der Geschichte von Österreich, aus der jahrhundertealten Tradition. Ganz klar, das ist ein Österreicher. Wir kennen solche Österreicher mit solchem Bart natürlich aus unseren Geschichtsbüchern von vor 200 Jahren. Ja, völliger Wahnsinn, liebe Tagesschau, was wollt ihr uns hier erzählen? Denn jetzt heißt es hier, die Rechtspopulisten machen sofort Stimmung. Nein, die Rechtspopulisten, wenn man das mal so dahingestellt, stehen lassen mag, die sagen einfach nur, was los ist, ja. Und genau das ist es, was die Politik so an den Rande des Abgrundes geführt hat. Seit die AfD quasi im politischen Raum ist, ist es politisch dann verboten, gewisse Dinge zu sagen, denn sie könnten der AfD helfen. Und genau dieser Maulkorb, den sie sich selbst auferlegt haben und Dinge einfach ausblenden, der sorgt dafür, dass es so ist, wie es ist. Bestes Beispiel war Friedrich Merz, als er gesagt hat, das sind kleine Paschas, diese jungen migrantischen Männer. Da wurde er von der Hälfte seiner eigenen Partei verrissen. Dabei sehen wir es jeden Tag in den Nachrichten. Das sind nicht nur kleine Paschas, da sind kleine neue Selbstmordattentäter dabei. Nur wenige, selbstverständlich, aber Messerstecher sind schon wieder mehr darunter. Es geht jetzt hier aber bei der Tagesschau noch weiter. Wir Rechtspopulisten, wenn wir uns da mal einschließen, machen sofort Stimmung. Denn Ende September wird in Österreich schon wieder gewählt. Gut, bei uns wird Anfang September gewählt. Der 19-jährige Österreicher Beran A., sie sagen hier Zitat, haltet euch fest, doch ein Bub aus der Nachbarschaft im beschaulichen Ternitz in Niederösterreich, unauffällig, bis die Polizei kam. Dieses Framing, Leute. Also, ja, in diesem Artikel schreiben sie noch viel mehr, aber wie kann man das da reinschreiben, ja? Unauffällig, bis die Polizei kam, ja? Aha, also, dass er Bomben gebaut hat, das ist für die Polizei hier unauffällig, ja? Er ist vielleicht polizeilich unauffällig gewesen, aber er ist doch schon aufgefallen auf seiner Arbeit, auf der er gekündigt hat und gesagt hat, er hat Großes vor. Er ist ebenfalls aufgefallen, den Nachbarn gegenüber, wie sein Bartwachstum war und dass es auf einmal verschleierte Personen um ihn herum gab. Aber unauffällig, bis die Polizei kam, liebe Tagesschau, wollt ihr uns auch noch bald verkaufen, dass die Polizei dann ihm alles untergejubelt hat. Er hatte gar kein Falschgeld, keinen Sprengstoff, keine Zünder. Also, was wollt ihr damit erreichen, Leute? Ihr erreicht damit nur eins, dass es noch mehr Leute gibt, die euch zutiefst verachten. Und ich kann euch vor allem mal sagen, ich hatte mal ein paar Gespräche mit Mitarbeitern im Hauptstadtstudio hier in Berlin. Das ist nämlich direkt neben dem Deutschen Bundestag und man sieht den ein oder anderen doch öfter. Das Schlimme ist, die, die dort arbeiten, wissen, dass es keine Meinungsfreiheit in den Öffentlich-Rechtlichen gibt. Sie sagen aber selbst, sie sind wirtschaftlich abhängig davon. Das heißt, es ist eine Meinungsmache, eine Meinungsmaschine, die Öffentlich-Rechtlichen. Und diese Meinungsmaschine wirft den Rechtspopulisten vor, sie hätten eine eigene Meinungsmaschine. Das nennt man am Ende Waffengleichheit. Das Problem ist nur, die Tagesschau, ihnen sterben die Zuschauer quasi auf natürlichem Wege aus, altersbedingt. Und die anderen, die noch nicht so lange etablierten Parteien mal so zu sagen, sie wissen wenigstens, dass Internet nicht nur Neuland ist, sondern dass es vor allem ein adäquates Kommunikationsmittel ist und dass man vor allem heute auch im digitalen Raum politische Dinge ansprechen muss. Ja, aber wir müssen das nochmal jetzt uns auf der Zunge zergehen lassen. Beran A., ein Österreicher, in Österreich geboren, in Österreich zur Schule gegangen, mit mazedonisch-albanischem Hintergrund. Ein Bub aus der Nachbarschaft im beschaulichen Ternitz in Niederösterreich, unauffällig, bis die Polizei kam. So viel Schande, die ihr hier in diesen Artikel gebracht habt. Also, aber sie merken das nicht bei der Tagesschau. Das ist ja das viel Schlimmere daran. Sie merken das nicht. Sie denken, sie stehen auf der richtigen Seite der Geschichte. Dabei merken sie nicht, dass sie alles dafür tun, dass die Bevölkerung weiter gespalten wird. Die Tagesschau müsste hingehen und müsste einfach klipp und klar sagen, ja, hier ist die Integration gescheitert. Und zwar die Integration eines schon hier Geborenen ist gescheitert. Das wäre ehrlich, denn der mazedonisch-albanische Hintergrund sagt ja, dass er vermutlich einen mazedonischen Vater und eine albanische Mutter hat, aber in Österreich geboren wurde. Also, Einwanderer in zweiter Generation radikalisiert sich und wird straffällig, ja. Das sagen sie nicht, nein, 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 ein Bub aus der Nachbarschaft, ja. Hier, hier. Was sagen sie bei mir? Jetzt stellt euch mal vor, durch das Fenster da vorne kommt hier das SEK reinmarschiert, hält mir eine Gefährderansprache, weil es nur zwei Geschlechter gibt. Und dann finden sie hier was, was sie als Sprengstoff identifizieren würden. Also, jetzt nur mal angenommen, hier ist kein Sprengstoff, also gibt hier, glaube ich, noch zwei Silvesterraketen, das ist alles. Und was meint ihr, was dann los wäre, ja? Rechter YouTuber, rechter Influencer hortet, ja, Sprengstoff in Familienwohnungen und lauter so Sachen. Und hier, nein, nein, ein Bub aus der Nachbarschaft, unauffällig, bis die Polizei kam. Shame on you, liebe Tagesschau. Wirklich Schande, das habt ihr noch nicht mal in einfacher Sprache gebracht. Ihr habt das sogar gar nicht auch in den Nachrichten gebracht. Ich habe extra nachgeschaut. Gestern und vorgestern in den Spätnachrichten war das Thema so nicht drin. Es steht nur auf eurer Webseite in dem geschriebenen Artikel. Okay, aber ich wette, die nächste Schandtat, sie lässt nicht lange auf sich warten. Deswegen abonniere den Kanal X und Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.